Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tulo & Wulffs Staffel 27,3 mit Mario Schröber. Hi, na? Schön, dass Sie Zeit hiervon haben, Herr Schröber. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Du hast nicht zufällig einen Bonescheif, ich hab grad den älter nicht. Nee, nimm die Axt. Ja, Maiko. Die jetzt grad kaputtgehangen ist... Schade. Wo bist du, warte? Nicht, dass ich jetzt noch... Also ich hab vorhin nur noch die dabei, die ich jetzt hier hab, aber... Kommst du grad? Ich hoffe, du kommst. Und vom Hügel kommt noch eine Zomböse. Ich seh sie nicht. Nee, ist doch nicht schlimm. Gleich wegmachen, ne? Ja. Genau. So, wo ist mein Nummer 62er Stonex? Ich bin vollgemüllt. Ist. Willst du dich um die Absicherung kümmern? Ich hol ein paar Steine noch aus Ressourcensteinen. Hier oben ist nämlich nur einer. Oh, 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 wo ist er? Wo ist er? Er liegt aber schon wieder auf dem Boden. Was stellst du dir denn jetzt unter einer Absicherung vor? Also brauchen wir eine Ersten? Das macht nicht so viel. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, was wir vor die Tür stellen können. So dachte ich. Oder machst du mit Frames zu? Oder machen wir eine Tür? Ich würde jetzt... Ich würde jetzt mit Frames zumachen. Oh, hier ist eine Straße. Und eine Scheune. Okay. Lass uns die am nächsten Tag machen. Das ist ein... Äh, äh... Ja, ja, ja. Nicht jetzt. Ah, ja. Alles gut. Alles gut. Bin bei dir. Ach, laden. So, die Skill-Punkte heben wir auf, ne? Ist klar. Ja. Jetzt ist eh erstmal... Wir können eh nichts. Also von daher... Eh, alles nicht so wichtig. Schade. Hätte ja sehen, dass ihr auch mal was Schöne dabei habt. So. Äh, Campfire können wir machen. Koch-Job-Farbik. Ähm, Fleisch können wir zum Chart-Meet machen. Dann können wir zumindest... Dann kriegen wir gleich ein bisschen Wellness dazu. Ja. Oder Boiled-Meet. Ich hab auch ein paar leere Gläser, die ich gleich nochmal auffüllen könnte. Wir müssen auch so relativ schnell eine Forge am Laufen kriegen, ne? Ja, dazu brauchen wir... Brauchen wir Materials. Materials. Wir sehen, da ist ein Baum gefallen. Ja, das ist korrekt. Können wir uns darauf eingehen, dass du das nochmal... Das ist korrekt. Das ist nochmal Ansage. Vor dem letzten Schlag. Ja. 21 Uhr... Oh, 22 Uhr. 22 Uhr. Ich hab die aufgehört. Ich hab auch nichts zu essen. Ich muss noch erstmal was zu essen machen. Ja. Ich lass mich jetzt auch erstmal kurz ein bisschen... ... bisschen was bauen. Und dann... ... dem Einfachung dem weg, genau. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er hin. Lass noch was frei. Ähm... Irgendwo... Ist hinten noch ne Tür? Ja. Ja, die ist... Oh, hier ist dunkel. Was ist denn das für ein Vieh, Alter? Warte, warte. Ach, du bist schon da. Okay. Oh. So, gut, dass hier ne Fackel ist. Achso, da unten ist Licht. Nein, wir brauchen hier ein bisschen mehr Licht. Das reicht so nicht. Was ist das Schöne, dass ich auch direkt hier Kohle geholt hab und... ... Wackeln machen kann? Peace, Torch. 1, 2, 3, 4, 5. Äh, ich brauch ein bisschen... Pack mal kurz das Fleisch aus. Torch. Mach mal 5. Kann nur 2. Ich mach... Ich mach mal 5. Kann nur 2. Denk schmeiß ich mal weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ich mach auch nicht. Ist auch Quatsch. Eher dann. Eher dann. Recep, Peace, Arrow, Raft. So. Warte mal. Wo brauchst du Licht? Sag mal an. Einfach unten schön ausleuchten, würde ich sagen. Und ein Feuer ans Laufen kriegen. Feuer ans Laufen kriegen. Ja. Soll ich jetzt anmachen? Ich glaub ich hab Steine, Heike. Ja. Ich mach ein Campfire. Ja, aber hier oben, bitte. Also bitte hier oben. Ja, ja. Äh. Hat der gerade was zerschlagen da? Ah ja. Er schlägt. Campfire. Ist jetzt nicht dein Ernst mehr, Heike. Was denn? Campfire auf dem... Äh, auf dem Pappkarton funktioniert nicht. Ist der Pappkarton jetzt kaputt? Nein. Okay. Ein Gluck nicht. Ja, sehr gut. Auf dem Boden. Hab ich alles ausgepackt soweit, ja. Nix, 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 nix. Ja, eigentlich müssten wir die Alte hier los, wenn die... Nix, hier höre ich auf den Zonder. Ja, dann lass uns das, ähm, kurz und schmerzlos... Klären. Wurde ich sagen... Ja, die hat sich jetzt gerade schon... Du machst rausgekalt darin. Äh, die Tür ist lockt. Das ist das Problem. Echt? Wir müssen außen rum, ja. Die ist lockt. Hm. Okay, dann... Ich lade die... Ich lade die Steel Arrows. Würdest du vielleicht auch tun? Hast du schon gemacht? Okay. Und dann gehen wir aus rum. Ja, ne, mei gerade, ja. Okay. Bin nochmal. Warte mal. Okay. Geht los? Ja. Nix rum. Ja, okay. Komm mit. Gleich von hier vielleicht. Oh, sie kommt schon? Ne, sie kommt nicht. Jetzt. Ich hab hier trocken. Ich nicht. Ich hab hier trocken. Lauf. Ich hab sie. Okay. Okay. Letzter Schlag. Finish. Kann nicht, kann nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich seh sie nicht, nein. List. Ich hab keine Pfeile. Gott. Äh, okay. Schau mal, du machst mit noch? Ja, ja. Äh, gut. Übrigens, der Bildschirm wird grau. Bildschirm wird grau? Ja, 50% wurde grau. Ja, ja. Okay. Gut. Schnell wieder hin. Ja. Ich hab nämlich auch Hunger. Gut. Und mir ist Hunger und Durst. Alles Mögliche. So, du kümmerst dich ums Essen? Ich kümmer mich ums Essen. So, machen wir das. Brauch'n bisschen Brennmaterialien. Brennmaterialien? Nee, ich hab hier Kohle. Immer Kohle. Okay. Ist das nicht gut? Ach, natürlich. Ist ne super Idee. Pack' noch ein bisschen Kohle oben ruf. Charmed meat. So. So, wo war jetzt noch Fleisch? Hier ist noch Fleisch. Hier ist mal safe. So, was können wir jetzt machen? In der Nacht? Ey, wir können den Gasparallel, die können wir doch hier hinstellen. Ja, die können wir auch oben mit hinstellen, ja. Nice. Das sieht gut aus. Hey, entkeller behalte ich mal. Munition kommt drin, Dicks kommt drin, Dings kommt drin. Entkeller behalte ich, Papa Kurt braucht nicht. Du musst jetzt direkt mal Essen hierher. Ja, wenn was fertig ist, wäre ich auch nicht böse. Ja, guck, rin. Da müsste jetzt was fertig sein. Okay, warte. Ich hab nur zweimal was zu trinken. Leere Gläser? Hast du irgendwo leere Gläser? Ja, fünf. Und hier irgendwo sind nochmal 15. Ja, ich konnte was sagen. Oder hab ich die schon in der Tasche? Nee, ich hab 20, so ja. Okay. Müssen wir mal im See kurz, ja, ne gute Idee. Ja, müsste man mal. Mike Braun. Echt? Na, oder machst du jetzt? Nee. Ehrlich? Ja. Fucking. Ja, gib mal her. Komm. Du willst mich doch verarschen, Schrömer. Natürlich, Mike. Gibt's mir Rückendeckung. Mhm. Oder nicht? Ja, klar. Voll gerne. Meinst du, das ist eine blöde Idee? Jetzt hab ich die Gläser wieder eingesammelt. Gläser liegen. Okay. So, kurz die Dings wechseln und das Wehle packe ich. Wie viele sind denn da jetzt draußen? Wie viele? Nee, warte. Jetzt sind doch mehr, aber nicht. Bist du denn? Sieht immer so aus, das ist nur ein... Ah, du bist also schon unten. Ja. Ja, das war tatsächlich nur einer. Gut. Dings, Dings, Gläser nach unten. Okay. Kann ich das schnell noch trinken? Äh, ich würde mir eigentlich gerne... Ach so, ich brauche aber eher... Was denn? Ich brauche ein bisschen Holz, ich würde gerne noch einen Bogen machen, aber ich habe auch nichts weiter sonst. Lass uns mal rauskommen. Nee, warte mal hier. Du brauchst doch Holz hier. Nimm erst mal das. Ich brauche noch mehr als nur Holz. Und das hier noch? Was brauchst du noch? Äh, diese komischen Dings hier. Wie heißen sie? Deine Fibers? Deine Fibers. Wechsel noch meine Hälfte. Bitteschön. So, ich hol erst mal Wasser. Du, du, sehr, sehr nice. Willst du kurz irgendwas ansetzen? Mach ich gerade schon. Gut, mach. Hab ich. Okay, also können wir los. Wir können los. Antitektet. Ja, also bei dir. Was sind die jetzt schon mehr los hier? Okay. Oh, jetzt heilt er nur noch, wie er wieder getrunken, die Scheiße. Nein, das war ja so typisch. Okay, ich bin fertig. Okay. Komm, wir rennen rein. Achso, du machst so. Okay, über die Idee. Und einfach, Jans. Wir fahren ja nicht draußen. Nix passiert. Das ist die Zeit. Ich bin ein Ravenmeer. Okay, bin drin. Okay. Gut. Schön. Lass mal wieder hoch. Gleich trinken, einkochen. Wo bist du bögentechnisch? Aktuell bin ich bei 57. Okay, ich bin jetzt bei 65. Ich habe noch viel zu gehen, 68. Geht gut schnell, mittlerweile. Mehr haben wir nicht mehr. Schade. Was denn? Fleisch. Nee, mehr haben wir nicht mehr. Richtig. Ich bin jetzt bei 8% Hunger. Und jetzt 8% Tors sogar nur noch. Oh, ich habe eine Lammration. Aber wenn ich die trinke, dann habe ich 10% Minus. Oh Mann. Das ist nicht so schlimm. Also trinken, mache ich jetzt gerade. Haben wir gleich, stimmt. Trinken ist gleich nicht das Problem. Hier ist natürlich noch ein Blueberry Pie, aber wer will den schon essen? Ich habe noch 2-mal Chili. Was aussieht. Das Boken Massaker. Was brauchen wir denn für eine Forge? Was brauchen wir für eine Forge? Äh, diesen Bellow. Bellow, Bellow. Schmale Steine haben wir. Lump of Clay. Eine Short Iron Pipe. Wird schon schwierig. Wir haben zu wenig Animal Hide. Und wir brauchen eine Short Iron Pipe. Kann ich jetzt, warte mal, ich könnte den Ofen abbauen. Mal hide und schau dir an. Also Tiere töten morgen. Ich muss mal, ich baue mal gerade den Ofen an. Ich habe, das schaut ein paar, halb ich. Mhm, okay. Und Tiere töten, ja. Muss man morgen Tiere töten. So, ich mache erstmal noch ein paar Stone Axes. Ähm, nochmal 10. Warum reicht das nicht für mehr? Weil Steine nicht reichen. Okay. Bögen liegt jetzt bei 106. Geil. Gut. Gebe ich dir gleich mal einen ab. Ja, gute Idee. Geh mal kurz draußen und hau kurz um den Stein. Klar, schau immer. Alles, was du willst. Das ist schön, dass es so schön schnell geht. Das freut mich so ein ganz klein bisschen. Komm. Okay. Das sieht gut aus. Harder Nebensprung. Oh, der hat 2000? Wer denn? Der hässliche Dings. Der ist safe. Ja, ach so, siehst du, den wollten wir auch noch machen. Obwohl, wollen wir den echt aufmachen, wenn wir noch nicht Quality Joe haben? Ja. Wie mit den Kisten. Also die Kisten, die Kisten säg' ein, aber den save können wir schon, können wir schon aufmachen. Ja. Nicht Scrap. Nicht Scrap. Ach, falscher Knopf. Okay. Äh, Recipe's Bone Chive. Ah, Bone Chive und... Dings, er zählt jetzt alles unter Weapons oder was hier. War ja nicht irgendwo noch ein Bone Chive? Ist er nicht. Genau. Einfach nur eine Bone. Eine Bone? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Dings? Ich bin beim Feuer. Gebt dir mal kurz eine 103er Stone X. Licht auf dem Boden. Ähm, ja. Hier hast du eine 118er Bogen. Licht auf dem Boden. Geil. Du musst mich gleich draußen erstmal ausmühlen. Wo ist er denn? Doch, nicht. Hast du ja? Ja, weg. Ja, weg. Oh, wir haben schon sechs Sacktapes. Sacktap. 127 Eilern. Auch nicht schlecht. Oh, ich muss was essen, ey. Ja. Beziehungsweise trinken. Hast du was zu trinken gerade? Schon fertig? Im Feuer. Wenn denn im Feuer. Okay. Ich würde gleich noch Tee machen. Wenn ich kurz abbrechen und ein, zwei Tee machen, dann haben wir gleich besseren Effekt plus Wellness. Und den Save können wir auch in der nächsten Nacht dann weitermachen. und die nähere Umgebung dann weiter abgrasen, ne? Ich würde sagen, Taschen leer machen und looten wieder. Oder wie sehen Sie das? So sägt das, Herr Schreiber. So sägt das. Die hab ich erstmal abgesagt. Und dann weichst du die Sack wieder an. Ja, das ist doch gut. Dippe haltig, dippe haltig, dippe haltig, dippe haltig. Ähm, Steine waldig auch erstmal und den Rest muss ich draußen loswerden. Und schnell. Hm, Pinesseeds können wir gleich wieder pflanzen, ne? Könnte man eigentlich gleich wieder pflanzen. Wieso hike einen Landclaim-Block? Holgen den hier? Den hast du von Anfang an. Aha, okay. Sagen wir mal so. Sagen wir mal so, du könntest recht haben. Den kannst du aber scrappen. Jetzt gleich wieder Scrap-Iron raus. Ach quatsch, echt jetzt? War zumindestens beim letzten Mal so. Scrap, tatsächlich. 15. Nice, nice, nice. Vielleicht nochmal. Ich kriege jetzt Dings, Bottle-Water, ne, hier rin. Nochmal 25 und dann Burscht. Mensch, Munition läuft ja bei uns. Mensch, kannst ja nichts sagen hier. Nicht meckern. Also kannst du schon, aber bringt halt nicht viel. Ich wähle hier draußen mal kurz den Tausender-Baum. Sind wir schon? Ja, sind wir schon, ne. Warum machst? Ich, äh, such mir ein Reh zum Läden. Moment, aber wenn ich die, die, äh, die Straße mal lang gehen, nach Loot-Ausschau halten und dann irgendwie ein Stück Tier dann auf den Weg jahren. Können wir auch, hier ist ja, hier ist ja auch die, äh, wo ist die Straße? Richtung Westen. Ich folge dir. Auch nicht die schlechteste Idee. Ja. Richtung Westen ist halt auch direkt eine Scheune und so. Die könnten wir ja, also direkt, können wir uns daran vergehen. Okay. Puh. Musik aber, puh. Ja. 30 Pfeile. Level 2. 30 Pfeile hat er schon. Da hinten ist ein Hund. Da hinten ist ein Hund. Links ist ein Hund. Links ist ein Hund. Bei der Krankenschwester. Okay, warte, warte, warte. Können wir den von hier? Jetzt? Nee, der kommt am Zaun lang, hat's euch gefühlt. Der kommt am Zaun lang. Ja, ich hab ihn getroffen. Du hast ihn getroffen. Oh, direkt. Ja. Ich muss in der Bandage nehmen. Ja, warte, warte, warte. Er hat ihn von mir abgelassen. Ja. Ich hab ihn getroffen. Er ist hinten am Zaun wieder. Am Busch wieder hier, ne? Nee, nee, der ist da hinten. Kommt die alte, die Krankenschwester? Die ist mir eigentlich völlig jetzt grad. Der ist wieder hinterm Zaun, der Ole. Komm, spring hoch nochmal. Schwierig. Oh ja. Du hast ihn? Ja. Sehr gut. Ich hab ein First Aid Kit. Nimm kurz den Hund auseinander. Ja. Ich hab eigentlich gerade noch einer. Schärfe mein Messer an das Hundes Fell. Noch ein Kriecher. Glenn Archery ist nur nur Level 200. Toll. Level 3. 10 Skillpunkte. Super. Willst du ein Bonscheif? Ähm, ich hab keins. Und wenn würde ich, glaub ich, aktuell erstmal die... Äh, warte mal. Das ist ein 145er Bonscheif. Warum kann ich denn das nicht mehr hier in den Zombieren looten? Welche Sachen, wenn ich dir das beantworten könnte? Kommst du? Oder hast du da jetzt irgendwie... Ich muss mich erstmal kurz ausleeren. Achso, hier liegt jetzt... Warte mal, ich heb dir noch eine gute Axt auf. Ich bin jetzt bei 146er Axt. Nee, mach mal ruhig... Nee, nee, heb mal nicht auf. Mach mal ruhig nächste Runde. Ich bin jetzt in der Scheune drin, ja, Schrauber? Okay. Und... Äh, wie geht der Guck? Ist okay, ich bin... Komm auch in die Scheune. Ja. Ich bin noch nicht oben. Hab ich verstanden. Ist. Du blöd. Brauchen wir die Heubeeren? Brauchen wir nicht, ne? Ähm... In der Zukunft mal irgendwann, ja. Aber jetzt nicht. Oh, pass auf, bitte. Oh, ein Buch. Äh, ja, nee. Mich auch egal, nix drin. Magnum-Abo. Magnum-Grip. Nix drin. Und das ist ja auch nicht fair. Nee. Oh, man kann hier runter springen. Deswegen nämlich. Auf heute kannst du nämlich einfach so... Ach. Du bist auf mich gesprungen. Das geht doch nicht. So. Schön das Haus. Hinten steht ein Auto. Links, rechts. Klopf mal an. Wie es dem geht. Hey, klopfe mit. Vielleicht gibt's mal Überleben, ne? Ja. Wer weiß es schon. Nicht. So. Geh direkt hoch. Soll der Geiz. Ach so, der Geiz. Okay. Ja, okay, dann machst du oben. Mal unten. Genau. So, was haben wir denn hier? Oh, schön. Nischt. Schro, wie weit hast du eigentlich zu Ostern ein Schink gekriegt? Zu Ostern ein Schink bekommen habe. Übrigens noch mal alle... Gar nichts. Kommt jetzt zu spät, aber... Schöne Östern nochmal nach. Genau. Frohe Ostern. Wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Fest. Ähm, nee, gar nichts. Mich? Du weißt, ich bin nicht so mit Schinken und so. Und meine Tochter... Und meine Tochter... Meine Tochter hat was bekommen, wie sich das gehört. Auch viel zu viel, leider, muss man sagen. Ähm, von der Familie insgesamt. Aber gut, okay. Ähm, ja. Ansonsten, nischt weiter. Ewige Liebe und Aufmerksamkeit meiner Frau ist mir sicher. Das ist doch nice. Nicht wahr? Was ich neudeutsch heiße. Nice? Nice ist das. Das ist richtig nice. Wie, wie? Oh, was haben wir denn hier noch? Buffer-Code und dann sein Blödsinn hier. Ah, gibt es keinen Keller? Das ist natürlich blöd. Hm. Ich bin jetzt oben hoch durch. War nicht doll. Wird Klo noch auseinanderschlagen? Trägt das noch was hier wegen Short Iron Pipe? Wir brauchen jetzt wieder. Nee, 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 nee. Ich hab jetzt noch zwei in der Tasche. Wir haben zwei zu Hause. Ähm, klares Nein. Ich guck grad nur noch, was ich noch so scrappen kann. Sammel mal kurz Stoff und mach dir daraus mal ein paar Bandagen. Ich hab jetzt noch eine drin, ja. Eine im System. Was Stoff an sich mitnehmen, ist, glaub ich, nicht die schlechte Idee. Okay, das war halt hier leider. Dann gehen wir weiter. Da sind noch Autos, die gelootet werden möchten. Die schreien. Okay. Ich geh jetzt direkt Richtung Süden. Süd. Südost. Okay. Ich hab jetzt noch mal ein bisschen Stoff mitgenommen. Ja, und? Gelbe, gelbe, gelbe Pflanzen. Oh ja, oh ja, oh ja. Gute Idee. Gugelnester auf dem Boden. Ich hab tatsächlich mal Insel gefunden. Auto, hast du leer gemacht? Hm. Gut, du läufst rechts, dann sollte ich vielleicht mal links laufen. Ah, hinten. Hier hinten ist ein Elch und ein Hase, der sich gerade ein bisschen... Da hinten ist ein Hase und ein Elch. Aha. Den Elch, siehst du den? Nee, aktuell nicht. Iron Arrow? Wollen wir uns normale Arrows machen? Ich hab keine Steine mehr. So ein Mist. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt hab. Und ich hab hier ein Zombie am Arsch. Möder Steine. Wo bist du denn? Was willst du denn? Hat du mich nicht getrackt? Doch, hab ich. Das ist ja schon neblig, du. Ja, das stimmt. Ist das so? Muss das so? Macht man das heute so? Macht man das heutzutage so? Ist das jetzt die neue Mode, ja? Wo ist er eigentlich hier? Der Zombie ist weg und die hat zu essen dabei. Wird mir gerne mal so einen Ressourcenstein mir mal vornehmen hier. Ja. Und so weiter in den Elch Richtung Nord-Nordwest. Richtung West-Nordwest. Bin immer noch an der Straße. Ja, hab ich mir gedacht. Share it. Können die sich echt... Kurz konzentrieren. So. Aller klar? Schribi ist wieder online. Was war los? Kurze Auseinandersetzung mit einem Zock. Alltid. Die Ressourcensteine geben gar kein... äh... gar kein Zeug mehr. Ach, die gehen jetzt direkt... äh... Jetzt sechs es erst. Ja. Direkt Scrap Iron. Beziehungsweise heißt Iron jetzt. Ah, okay. Entschuldigt. Hab mich an... an den neuen Terminus noch nicht gewöhnen können. Das ist nicht schlimm. Ich glaub, da gibt's noch mehrere Sachen, die uns da noch gar nicht so richtig bewusst sind. Ja, das ist wohl wahr. Ganz ehrlich, also die Patchnodes waren ja auch mega lang. Ich hab keine Chance gehabt bisher. Ich bin erst heute aus der Heimat wiedergekommen. Ich bin seit um... seit um drei ungefähr wieder in Hamburg. Und... Ja. Hat ja jetzt natürlich noch andere Sachen zu... zu tun, als mich an den Rechner zu setzen und hier irgendwie eine Patchnode zu lesen. Selbstverständlich. Aber die waren bestimmt total spannend. Kann's haben, ja. 10% ähm... Was denn? Essen. Was denn... Also ich hab Dosen zwischendrin gefunden. Wenn du was essen möchtest. Ah, ein Schwein. Isst du mit mir? Hier wie mir passt. So, ich geh dann gleich einmal hier vorne in das Haus rein, nachdem ich den letzten Ressourcenstein noch umgeprügelt hab. Trägt dir alle Schwein nicht ein. Wirst du mich verarschen? Muss ich jetzt... Muss ich jetzt echt höher ziehen, oder? Na, Bullet Droppe war doch... war doch schon immer so gewesen. Aber so krass? Naja, ich hab's auf jeden Fall erledigt. Das Schwein wurde unterwegs noch schwarz. Pine Seeds, die Mike mal weg. Ja. Pine Seeds erinnert mich immer um... immer umgekehrt, die Pines. Also das... Machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. Ah, dann nehmen wir auch so... ist ein Strind. Also ganz ehrlich, wenn ich den wiedersehe, dann gibt's Krieg hier. Gibt's Krieg? Gibt's Eikettwirtes, ja. Den... glaube ich kein Wort mehr. Ja, aber... Was heißt jetzt Krieg? Willst du ihn einfach so erschießen, oder was? Der ist verständlich. Willst du zum Mörder werden, oder wie? Ich will doch nicht so tun. Wir könnten so tun, als ob er vergessen hat und dann seine ganze Basis in Luft sprengen. Ja. Gut. Okay. Also wir fangen an, ihn zu suchen. Ich weiß nicht, ob der das war. Ich meine... Habt ihr einen Keller? Keine Ahnung. Ja, ich hab den Keller gesehen. Der ist dann lang gelaufen. Hat er mir gesagt, er ist kein Keller. Hab mich verarscht. Hab mich verarschen lassen. Okay. Oh, hier war Leder. Okay. Eine Kerze. Na toll. Das Haus ist für ein Eimer. Da steht ein Bär auf der Straße. Richtung Westens noch mal ein Haus. Ich bin jetzt in Richtung Süd, Südfest unterwegs. Vielleicht hier ist es, ja. Okay. Das ist auch hier am Ende eines kleinen Weges. Eines Biomes? So. Weges. Weges Randes? Randes. Weges Randes. Hat schon wieder ein, das heißt, da war? Nee, ist schön. Nee, ist doch auch schön. Mein Weg hat ein bi-geil von. It, it läuft. Krass. Pro P, Folge 2, sag ich nur. So, und Inventar ist schon wieder zu, ist schon wieder zugemühlt. Ja, bei mir auch. Wir sollten vielleicht nur irgendwann nach Hause und ausgehen. Nee, also ich kann hier, kann hier einiges, äh, einige wegwerfen. Nicht das Problem. Komm, ich hab aber noch nisch zum Lernen gehabt in der, in der Zwischenzeit, ne? Du hast du schon mal gelernt? Nö, noch nie wirklich. Hast du überhaupt gelernt? Hast du überhaupt gelernt? Hast du überhaupt gedient? Wo ist ich drüber jetzt? Ach da, in diesem zerfallenden Haus warst du. Ach da bist du. Du stehst da so doof rum. Ich steh gleich hier vorne blöd rum, genau. Ich will mir kurz mal noch ne neue Stonex machen. Bissin was noch wegschmeißen, bisschen was scrappen. Ähm, was essen, was ist der Hunger? Das ist ja. Selbstverständlich, ich habe auch neuen Raw Meat bei, also, wisst du was? Warten. Ähm, geh nach Hause. Geh nach Hause, machen wir zu essen und, ähm, schür mich meines Lebens. Nicht dein Ernst? Natürlich. Und sage herzlichen Dank für den Zufall, zu, zu folgen. Und, ähm, bläh, 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 bläh. Ja, wir sehen uns ja nächstes Mal wieder. Danke für das Zuschauen. Ähm, danke, Herr Schrömer, für deine Zeit. Keine, gerne, immer wieder gerne. Keine, hast keiner, ich weiß. Keine gerne. Keine gerne. Tschüss.